Willkommen bei meiner nächsten Folge Transformers, War for Cybertron, Krieg um Cybertron im Deutschen. Und ich habe hier gerade zwei ungehaltene Zuschauer, die in der Pause gerade ihre Song-Requests hatten. Und ich habe meine dazwischen gemogelt. Ganz offiziell im Chat. Hate Speech. Und die wollen noch weiter Musik hören. Also das heißt, ich könnte nicht für euch aufnehmen, aber ich werde noch für euch aufnehmen. Da könnt ihr drauf Gift nehmen. Und bei mir geht es dann jetzt natürlich weiter, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ah, Schalke, was? Ja, wo kommen die denn her? Die feuern auf den Fenstern. Munition aus. Komm schon her. Ne, da ist immer noch einer. Also das war mal ein hektischer Autobot. Es kommen immer mehr Autobots. Ja, wo kommen die denn her? Aerial-Bots greifen von oben an. Hm. Erledigt diese Autobots-Schrotthaufen auf der Brücke. Ich habe so das Gefühl, die haben was gegen mich. Boah, wenn ihr das Ding nicht benutzt, Bro, dann geh doch zur Seite. Ja. Ja. Das ist, wenn man selber Mitglied an des Trollchats ist. Und die dann in deinen Stream kommen. Die Bomber werden die Straßen freimachen, wenn sie hier sind. Verlasst euch darauf! Wir haben mein Ziel zu eben erlebt! Eine Überraschung! Das ist die ganze Autobahnarmee! Bombardierung in 5... 4... 3... 2... 1... Yeah! Echt? Die Autobots sind auf eurer Seite? Ah, ich liebe Souvenire! Ihr könnt gehen Megatron! Ich werde die Position halten! Helvus! Mus! Das sind meine... Warnen! Na 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 na! Stürbst du jetzt endlich? Wer zuhle bist du denn? Greife Decepticons bei den Aragons-Kameraden! Zurück! Zurück! Oh jo! Ja, der verwandelt sich ja nur an den riesigen Panzer! Du bist riesig! Aufteilen und flankieren! Nutzt die Trümmer als Deckung! Ursprungen! елw! Da haben wir Telegung gehört! Der Warnen! Darf mal zuhlen! Da haben wir nicht noch noch mal gewonnen! Dann lösen die Lantern! Ich probiere die Zähne und schlafen! Und der Katarstadt nimmst du dich? Nicht mehr die eine solche Anliegen! Das ist die Anliegen, die anliegen! Elegan! ist jetzt nicht mehr funktionstüchtig seht ihr das das war ich allein ich heute die septicons zu den kammern ich habe keine verwendung die auf den schrottplatz wollen das ist zu viel ich werde keine worte an dich verschwenden gibt mir den schlüssel dann verschone ich vielleicht was von deiner stadt übrigen was wir hier noch so rum die garten scheinbar nix nixes stockwerk namen unterwäsche ich freue mich darauf dass mit ihr persönlich auszuhandeln das gehört mir ein bisschen munition einsammeln jetzt nicht mehr meine verteidigung kannst du nicht überwinden megatron deine erförmliche maschinerie wird mich nicht aufhalten zitter breit na komm hoch oder so meine verteidigung kannst du nicht überwinden megatron deine erförmliche maschinerie wird mich nicht aufhalten zitter breit ausweich manöver einleiten geh nicht weiter megatron die heiligen kammern sind kein ort für deinen befletzten spark wir ist nicht heilig zitter prime das solltest du mittlerweile wissen die septicons vorrücken hier bist youtube gewöhnt euch dran kommen die heute noch endlich der omega schlüssel ist in meinen was hast du wirklich geglaubt es würde so einfach sein komm hier runter zitter prime dann gebe ich dir die antwort ich werde bleiben wo ich bin von diesem punkt aus habe ich eine ausgezeichnete sicht auf deine zerstörung mein wille steuert die gesamte kammer megatron ich muss nur meine hand schließen um dich zu zerquetschen du redest zu viel na erkennst du es jetzt megatron das ist mein reich deine tricks machen mir keine angst zitter hier habe ich die macht zu kontrollieren und zu erschaffen die 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 Endlose Duplikate von Zeta Prime. Wie ekelhaft. Ist das alles, Zeta? Eine erbärmliche Armee aus Energon-Klonen? Mehr hast Du nicht zu bieten? Hahaha, Du hast keine Ahnung! Hier habe ich grenzenlose Macht! Megatron, vielleicht können wir Zetas Maschinerie während der Aufladephase beschädigen. Ein tapferer Versuch, Decepticons! Aber Autobot-Geräte sind widerstandsfähiger als Ihr denkt! Bleibt vom leuchtenden Boden weg, wenn Ihr nicht zerstört werden wollt! Der Schweinehund! Er hat es in Data legt! Gegatron, wir müssen eine Möglichkeit finden, das Kontrollzentrum zu zerstören! Na, halt auf mich! Auf das große leuchtende Ding feuert! Los! Und schon wieder das reichte Spielchen! Keine Feuerkraft verschwenden! Der Schild ist undurchdringlich! Komm, mach auf! Mehr Zeta-Klone! Zerstört sie! Jaaa, die Diskussion hatten wir schonmal! Und nächste Runde! Deine Maschine versagt, Zeta-Prime! Jetzt prallst du nicht mehr! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei, die Säftigung! Mach dich bereit zur Vernichtung! Was sagen sie alle? Bleibt den Boden weg, wenn ihr nicht zerstört werden wollt! Und ohne Klone! Ich kann ganz leicht mehr Energon-Klone erschaffen! Du wirst zerstören werden! Oh, wird das gedrückt? Na los! Bring es zu Ende! Hey! Er hat da was fallen lassen! Der Omega-Schlüssel gehört mir! Der Kern Cybertrons gehört mir! Bombe! Beide Erektoren! Deine Spione waren falsch informiert! Megatron! Das Gerät aktiviert nur den Schlüssel zum Kern! Aber keine Sorge! Der Omega-Schlüssel wird zu dir kommen! Omega! Aktiviert! Energie optimal! Mission! Megatron zerstören! Ja, wenn es den Schäferwisch kommt, kommt halt ein größerer. Nun gut, das war noch der Restfunk-Schützenfest. Kapitel 4, daran bleibt es jetzt hängen fürs YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, wäre auch super cool. Neuste News von mir, twitter.com slash iPhone, facebook.com slash iPhone und live gibt es mich freitags mit Transformers zu sehen. Ab 20 Uhr auf twitch.tv slash der iPhone und sonntags ab 20 Uhr Don't Not Abend mit Life is Strange ab 20 Uhr und so ungefähr 21 Uhr kommt dann Remember Me. In dem Sinne, haut rein!